Was darf die Satire? Diese Frage stellte sich Kurt Tucholsky vor gut 100 Jahren und beantwortete sie schließlich mit einem überzeugten Alles. Heute ist die Frage nicht weniger aktuell, etwa wenn darüber debattiert wird, ob man Witze über den Krieg in der Ukraine machen oder über Putin lachen darf. Grenzenloser Humor? Was darf Satire? Darüber diskutieren wir heute im Café Brandstätter, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Marlene Nowotny, ich bin Journalistin beim Radiosender Ö1 und mit Satirefragen nur theoretisch befasst. Ganz praktisch setzen sich unsere heutigen Gäste damit auseinander, die Juristin Maria Windhager, die Kabarettistin und Slam-Poetin Theresa Hossa und der Schauspieler, Kabarettist und Autor Harald Schmidt. Theresa Hossa, Sie schreiben für das Satireportal die Tagespresse. Satirisches von Ihnen findet man auch auf Ihrem Twitter-Kanal und natürlich in Ihrem Soloprogramm Abenteuer, wo Sie sowohl das Schlachten von Tieren als auch das Schlachten des Patriarchats und des Kapitalismus thematisieren. Man muss auch noch erwähnen, dass Sie Tierärztin sind. Kurt Tucholsky meinte, der Satiriker ist ein gekränkter Idealist. Er will die Welt gut haben, sie ist schlecht und nun rennt er gegen das Schlechte an. Abgesehen davon, dass Tucholsky vermutlich nur männliche Satiriker vor Augen hatte, können Sie denn mit so einer Aussage etwas anfangen? Wollen Sie auch die Welt gut haben und rennen Sie gegen das Schlechte an? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist gar nicht so weit weg. Man träumt natürlich von einer besseren Welt und findet einen Umgang damit. Und das ist die Satire irgendwo. Und damit kann man es halt noch mehr klarer aufzeigen. Also das sehe ich halt bei den Artikeln, die wir schreiben oder auch in der Arbeit generell, dass man halt durch Satire Missstände klarer aufzeigen kann und ins Absurde ziehen kann und eben auch manchmal einfach nur absurd sein kann. Also ich würde jetzt gar nicht dem widersprechen. Auch wenn er ein Mann war. Ich meine, das ist natürlich schwierig für mich, aber das ist okay. Wir reden ja heute über die Grenzen der Satire. Gibt es denn Themen, die für Sie tabu sind? Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, Humor sollte alles behandeln dürfen, aber es ist natürlich immer die Frage, wie. Aber Humor ist ein super Mittel, damit Menschen einem zuhören. Weil es einfach, also wenn jemand einen Vortrag beginnt und mit dem Zeigefinger dasteht, dann schalten relativ viele Menschen schnell ab. Humor ermöglicht, dass die Menschen die Ohren öffnen und zuhören. Und dementsprechend sollte man auch über alles mit Humor arbeiten können. Die Frage ist halt nur, wie. Und bei manchen Themen muss man natürlich dann sich ein bisschen länger überlegen, wie man das angeht. So ist mein Zugang dazu. Harald Spitt, ich konzentriere mich mal bei Ihrer Vorstellung auf zwei Quellen. Sie haben im Brandstädter Verlag vor kurzem das Buch in der Fritatensuppe feiert, die Provinz ihre Triumphe, Thomas Bernhardt, eine kulinarische Spurensuche herausgegeben. Da liest man Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, drei Jahre als Schauspieler in Augsburg, dann Düsseldorfer Komödien und alle Sender außer RTL. Diverse Late-Night-Shows, alle Preise gewonnen, gefeuert, jetzt herausgegeben. Ja, so war es. Und auf gala.de liest man, sein zynischer und bitterböser Humor brachte den Jungen aus Nürtingen weit. Heute ist Harald Schmidt Deutschlands Chefintellektueller. Und dort steht auch noch, dass sie bekennender Hypochonder sind. Wie halten Sie es denn mit der Satire? Sehen Sie das wie Tucholsky? Sehen Sie sich als gekränkten Idealisten? Für mich nicht. Also der Tucholsky-Zitat ist natürlich schon ziemlich durchgenudelt. Und ob Satire alles darf, würde ich auf den Versuch ankommen lassen. Also für mich ist die Grenze das Grundgesetz und das Strafgesetzbuch. Es kommt etwas Neues dazu, nämlich dieses, du hast meine Gefühle verletzt. Das ist so in den letzten Jahren aufgekommen. Früher, wenn ich einen Witz gemacht habe, ist es auch so, dass jemand dagegen geklagt hat oder mich angezeigt hat. Dann wurde das relativ schnell juristisch entschieden, geht das oder geht das nicht. Heute mit dem, du hast meine Gefühle verletzt, ist es natürlich eine sehr, sehr, sehr große Grauzone. Denn wer weiß, ob nicht Gefühle verletzt werden, denn das heißt, setz dich an den Tisch hier. Und insofern muss man sich schon, wie Sie auch gesagt haben, sehr genau überlegen, vor allem nicht gar nicht mal so sehr den Inhalt, aber wie man es formuliert. Also zum Beispiel erste Regel, niemals negatives Vokabular verwenden, sondern immer positives Vokabular und immer durch scheinbare Zustimmung. Also wir verehren den aktuellen Präsidenten von Staat XY. Wir hätten nur eine kleine Frage zu dieser Entscheidung. So, und dann geht es schon. Aber wenn ich natürlich sage, das ist ein Trottel oder der gehört weggebombt, dann wird es sehr, sehr brenzlig. Und gibt es dann für Sie Themen, die tabu sind oder geht eben alles? Dass Themen tabu sind, kann ich eigentlich für mich nicht sagen. Ich bin nur sehr, sehr vorsichtig geworden, weil jetzt haben wir das aktuelle Thema Ukraine. Natürlich können Sie über das Umfeld zum Beispiel der Berichterstattung, was da alles passiert, was alles an Redewendungen sich einschleicht, wer plötzlich alles Militärexperte ist. Da können Sie natürlich Witze drüber machen. Sie müssen aber damit rechnen, zu 98 Prozent geht ein Sturm los. Sie machen sich lustig über die Opfer des Ukraine-Krieges. Und darauf habe ich zum Beispiel keine Lust. Maria Wintager, Sie sind Juristin. Rechtliches war ja gerade schon kurz Thema, wie bei den Grenzen. Zu Ihren Schwerpunkten gehören das Medienrecht und der Persönlichkeitsschutz. Sie befassen sich mit klassischen, neuen und sozialen Medien. Sie vertreten etwa die Tageszeitung der Standard, haben bereits Klagen gegen Facebook gewonnen. Und Sie publizieren auch zu juristischen Fragen der Meinungsfreiheit und des Persönlichkeitsschutzes. Wie ist das denn aus Sicht des Rechts? Darf Satire alles? Also wenn ich jetzt banal und vernudelt antworten würde, dann würde ich sagen, Satire darf natürlich nicht alles. Es gibt immer eine Grenze. Satire, das ist Fahrt. Ich finde und ich rette mich immer mit der Formulierung, Satire darf alles, aber nicht alles ist Satire. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr brauchbarer Zugang, auch für die juristische Betrachtung von Satire. Und ja, im Prinzip geht alles. Es geht auch jedes Thema. Aber es darf nicht unwahr werden. Also aus juristischer Perspektive ist immer die Frage der Wahrheit ein ganz wichtiger Faktor. Also man darf zum Beispiel eine Satire nicht dafür missbrauchen, Unwahres zu verbreiten. Da ist eine Grenze. Also der Tatsachenkern, der muss richtig sein. Und für mich gibt es nur eine Grenze, das ist die Menschenwürde. Also da würde ich, die würde ich hochhalten und sagen, wenn eine Satire dazu benützt werden würde, die Menschenwürde zu verletzen, dann klingelt es bei mir. Also da würde ich dann auch genauer hinschauen und sagen, da ist eine Grenze überschritten. Ist denn der Satiriker, die Satirikerin dazu verpflichtet, ganz genau zu prüfen, ob es sich eben um einen wahren Kern handelt? Von Journalistinnen und Journalisten würde man ja erwarten, dass sie ganz genau recherchieren und das, was sie berichten, absolut den Tatsachen entspricht. Also das, was da der Kern der Verunglimpfung, der Überspitzung ist, welche Verantwortlichkeiten gibt es denn da? Na, die volle. Also die volle Verantwortung. Und ich würde sagen, ein guter Satiriker oder eine Satirikerin, die nimmt es mit der Wahrheit ganz ernst. Und für mich besteht sozusagen eine wirklich gute Satire darin, dass sie erhellend ist und dass sie analytische Verbindungen herstellt. Wenn das gelingt, dann ist Satire wirklich genial. Und dann findet auch genau sozusagen dieser aufklärerische Moment statt, den Satire so spannend macht. Übrigens auch Karikatur. Ich meine, natürlich weiß jeder, wenn, also Satire und Karikatur sind ja beides geschützte Kunstformen. Und natürlich weiß jeder, der hat jetzt nicht so eine große Nase oder so große Ohren. Aber der Tatsachenkern, das, was wirklich transportiert wird mit der Satire, der muss stimmen und wahr sein und der muss ganz präzise sein und sitzen. Dann ist es wirklich gute Satire. Theresa Hosser, können Sie damit etwas anfangen? Gehen Sie so vor in Ihrer Arbeit? Ich denke gerade an einen Artikel, den ich geschrieben habe. Es ist ja, wir haben ja in Österreich ein Problem mit Femiziden. Also bei uns steigen ja die Femizide jährlich. Und letztes Jahr habe ich dann immer wieder Themen eingeschickt bei der Tagespresse. Und dann war immer eine Besprechung, ja, Femizide, schwieriges Thema. Also Frauen werden umgebracht, aber es ist mir sehr am Herzen gelegen, weil ich natürlich auch irgendwie betroffen bin. Trenne mich jetzt von meinem Freund oder nicht, so quasi. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, angelehnt an diese Hochzeitsthematik bei Frauen. Und das ist der schönste Tag deines Lebens, habe ich dann die Headline gemacht, glücklichster Tag meines Lebens, Frau wird vom Ex-Freund nicht umgebracht. Und habe halt dann da sehr ausführlich darüber geschrieben, wie die Frau sich eigentlich schon darauf vorbereitet hat. Und da war ich persönlich sehr stolz drauf, weil es so getroffen hat, weil es irgendwie so klar gezeigt hat, okay, der glücklichste Tag im Leben einer Frau ist nicht, wenn sie heiraten kann, sondern wenn sie in Frieden sich trennen kann und keine Angst haben muss. Und da war ich dann, ja, da war ich dann schon sehr stolz. Und gleichzeitig haben aber dann Leute geschrieben, das ist geschmacklos. Was ist aber, also ich weiß, was ist nicht wahr. Es hat ganz klar aufgezeigt und unten waren dann auch die Opfer, also die Hilfenummern. Und es hat ein Thema angesprochen, aber ich habe oft das Gefühl, und obwohl ich aus der Woken Twitter-Bubble bin, muss ich dann schon auch irgendwo zustimmen, dass ganz oft verwechselt wird mit Gefühle verletzen und schwierige Themen. Über das darf man keine Witze machen, weil dann redet niemand über Femizide. Also das finde ich dann irgendwie, gerade als Betroffene, oder als Frau, muss ich sagen, das finde ich aber eine Frechheit. Also warum sollten wir da nicht drüber reden dürfen und Witze machen dürfen? Weil das ist ja am Ende das Einzige, was mich vor Männergewalt schützt im Moment, ist mein Humor. Und das werde ich auch weiter so machen. Harald Schmidt, haben Sie denn so ein Thema, das Ihnen ähnlich wie Theresa Horst ein Anliegen ist, das Sie dann vielleicht auch satirisch verarbeiten, um das auch zu nützen? Nein, aber ich würde ganz klar natürlich von diesem Thema die Finger lassen. Ich. Weil es ist genau das, was ich sage. Und wir reden hier ja doch über, ich sage mal, eine relativ differenzierte Unterscheidungsfähigkeit. Und dass auch jemand bereit ist zu unterscheiden. Bei dem Thema, wenn ich da rangehen würde, ich hätte den Begriff noch nicht erwähnt, würde es schon eisig im Publikum werden. Jetzt macht er auch noch Witze über die Frauen. Das heißt, es wird gar nicht mehr gehört, was Sie eigentlich gesagt haben, geschweige denn auf eine differenzierte Formulierung eingegangen. Sie müssen ja damit rechnen, dass das Ganze zitiert wird. Es wird, ich will gar nicht mehr sagen, falsch zitiert, aber es wird schlampig zitiert. Und es bricht eine Welle los, auf die ich ganz einfach keinen Nerv habe. Also ich kann die Haltung total verstehen. Es ist auch mit Sicherheit aus Sicht von einer Frau nochmal ein viel aktuelleres Thema. Aber ich weiß einfach die Wirkung. Das ist nur, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, bei meinem Urlaub in Israel wurde es still im Publikum, weil Israel, um Gottes Willen, bin ich Antisemit. Also das heißt, Sie müssen ja immer, um es neuer zu sagen, damit rechnen, was getriggert wird. Und da stelle ich schon fest, dass nicht mehr gehört wird, was gesagt wird, sondern es fällt ein Begriff. Und die Assoziation ist sofort da, was muss ich jetzt da empfinden und wo muss ich mich schützen. Und deswegen würde ich bei so einem Thema, zum Beispiel auch wenn wir das bei meiner Show morgens in der Autorenrunde gehabt hätten, wenn es einer vorgeschlagen hätte, machen wir nicht, Finger weg. Jetzt geht es ja bei diesem Thema Femizid und einer Satire darüber darum, die österreichische Politik zu kritisieren, weil da sehr wenig passiert. Das ist dann eine große, amorphe Gruppe, die österreichische Politik. Jetzt ist es klar, dass man auch Satire über einzelne Politikerinnen und Politiker machen kann, auch über Prominente. Maria Wienthager, wie ist das denn, wenn man sich unter Anführungszeichen harmloseren Privatleuten widmet? Kann ich denn namentlich Satire über alle und jeden machen? Das kann man so pauschal, glaube ich, nicht beantworten. Also ich glaube, so wie Harald Schmidt jetzt schon gesagt hat, Satire lebt vom Kontext. Und Satire lebt erstens von der Erkennbarkeit. Das ist ja immer wieder lustig bei der Tagespresse, wo man oft nicht weiß, ist das jetzt Satire oder ist das jetzt genauso gewesen? Also damit spielt ja die Tagespresse auch sehr stark und das macht es ja auch so lustig auch wieder. Aber ich glaube, man kann zunächst einmal nicht den Anspruch erheben, dass alle die Satire verstehen oder in gleicher Art und Weise verstehen. Und warum ich das mit dem Kontext sage ist, weil Sie das jetzt eben auch angesprochen haben, das ist auch ein Problem, mit dem wir vermehrt durch die sozialen Medien auch konfrontiert sind. So wie Sie sagen, ich werde dann schlampig zitiert oder vielleicht in einen Zusammenhang gestellt, wo es ursprünglich gar nicht war, das, was ich gesagt habe. Und damit entsteht ein neuer Zusammenhang, der eigentlich vom eigentlichen Inhalt wegführt. Und ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Also das ist für mich zum Beispiel ein Thema, das generell sich hier stellt, weil früher war es halt so, dass man auf einer Bühne im geschlossenen Raum mit einer bestimmten Zuschauerinnenzahl das gemacht hat. Und dann war der Kontext ein kleinerer und ein überschaubarerer. Und man konnte das besser bespielen, würde ich sagen. Und jetzt, wenn das zum Beispiel ins Netz gestellt wird, dann haben wir das Problem mit einer höchstgerichtlichen Rechtsprechung, wo wir völlig humorlose Juristinnen haben, die OGH-Richter, die dann zum Beispiel über Satire entscheiden müssen. Und dann sagen, ja, das kann aber vom Durchschnittsmenschen so verstanden werden. Ja, und wer ist jetzt der Durchschnittsmensch, der dann konstruiert wird von den Juristinnen? Also das ist so problematisch. Das ist das eine. Und das zweite, was Sie jetzt sozusagen noch angesprochen haben, war das, wer muss sich das überhaupt gefallen lassen? Das hängt natürlich ganz vom Einzelfall ab. Und es ist vollkommen klar, dass sich natürlich prominente Persönlichkeiten, so nach diesem Public-Sieger-Status, der ja sozusagen auch durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entsprechend abgesichert ist, immer mehr gefallen lassen müssen. Also man muss sich halt immer anschauen, um wen geht es. Das ist halt auch so. Also ich bin ja der Meinung, über irgendwelche Menschen, die sich sozusagen selbst überhaupt nicht in die Öffentlichkeit begeben haben, unter Umständen schlechte, geschmacklose Witze machen. Das würde ich sozusagen nicht gut heißen. Das heißt aber auch noch nicht, dass es unzulässig ist. Also bei der Zulässigkeit der Satire, und das ist eine Rechtsfrage, da finde ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein im Sinne der Meinungsfreiheit. Aber ob ich sie gut finde oder nicht, da lasst sich eben bekanntlich lange streiten. Da muss ich jetzt kurz einhaken. Es hat vom Falter ja damals ein Cover gegeben. Jetzt weiß ich nicht mehr. Es war irgendeine Ehefrau von einem Politiker. Von Sebastian Kurz, die Ehefrau. Genau. Die Lebensgefährtin, die quasi ja nie eine Rolle gespielt hat, die sie dann so dargestellt haben. Ja, aber das ist zum Beispiel eine Erfahrungssache. Das hätten wir gesehen und gesagt, geht nicht. Und das ist ganz klar, weil die Frau hat sich nicht in die Öffentlichkeit begeben, sobald ich das mitgekriegt habe. Und bei uns war immer die Grenze, ab 10.000 Euro im Monat ist jeder strafbar. Das war der erste. Netto oder brutto? Netto oder brutto? Brutto. Das ist das erste Kriterium. Und der zweite Punkt ist, die Vorarbeit für uns hat immer die Presse gemacht. Also wir haben niemals sozusagen die Oma im Supermarkt oder was rausgegriffen, sondern entweder es war die Titelseite der Bild-Zeitung oder auch der FAZ oder vom Spiegel. Und es ist jemand von sich aus, das ist das ganz Entscheidende, in die Öffentlichkeit gegangen. Also wenn Familie Müller sich eine Woche lang über den Boulevard bekämpft, dann sind sie fällig. In dem Fall unabhängig vom Einkommen, weil wenn ihr das nicht begreift, dass ihr damit eure Privatheit aufgebt, dann seid ihr selber schuld. Aber es muss jemand schon in den Medien stattgefunden haben und zwar möglichst, dass er sich selber aus dem Fenster hängt. Ich wollte gerade sagen, weil die Bild hat ja auch sehr oft Menschen in die Medien gezahlt, die da gar nicht sein wollen. Ja, aber das ist eine Erfahrungssache. Das kriegen Sie ganz schnell mit. Also das können Sie auch im Spiel machen. Da hätten wir am Abend abgestimmt, schuldig oder nicht schuldig, meine Damen und Herren. Also das Fernsehgericht tagt, ja, Promi-Fotos, sagt Johnny Depp, schuldig. So, hier, Boris Becker, schuldig. Also ich meine jetzt nicht juristisch, sondern wenn ich eben, man muss ja auch sagen, viele Prominente versuchen ja sozusagen, Erfolg zu holen, indem sie sagen, mein Pudel ist neu geföhnt und ich lebe wieder mit meinem Penguin zusammen, könnte nicht mal eine Story drüber machen. Der hat, das ist auch juristisch klar, keinen Schutz mehr oder so gut wie keinen, ja. Aber da hat man ganz schnell, kriegt man da ein Fingerspitzengefühl, wo man sagt, lass es. Also wir hatten zum Beispiel Mitarbeiter, dessen Hobby war es, dauernd mit Fotomontage in ein Hakenkreuz in den Kölner Dom reinzumachen, ja. Ich sage, vergiss es, vergiss es. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Hobby ist. Ja, nein, das ist definitiv, was Sie sagen, das ist das Entscheidende. Es muss einen wahren oder wahrhaftigen Kern haben und dann kann ich draufsetzen, ja. Aber jetzt jeden zu sagen, der einen Falschparker aufschreibt, zu sagen, das ist ein Faschist, dann wird es eng. Ja, aber das ist dann halt auch das inflationäre Verwenden von gewissen Begriffen entwertet Sie ja auch. Natürlich, klar. Obwohl ich natürlich auch gerne gewisse Wörter sehr, sehr oft sage. Aber ich glaube, ich sage dir jetzt besser nicht, weil das Publikum ist ein bisschen älter und dann habe ich schon erlebt, dass ich da eher aneck mit meinen Formulierungen bin. Wirklich, ja? Ja, schon. Aber doch nicht in Tirol. Ja, Tirol geht. Also um ein Klischee zu beniehen. Aber da geht es dann vielleicht auch um Begriffe, die man dann halt einfach nicht versteht, weil man nicht damit aufgewachsen ist. Aber ich musste auch lernen, was Buma Cringe ist. Ach so, das ist auch ein Begriff. Ach so, da meine ich gar nicht. Eher so Fäkalsprache. Meine Oma wirft mir vor, dass ich diese fäkale Phase habe in meiner Kabarett-Karriere und ich habe das doch gar nicht nötig. Und dann sage ich, ja, aber das hat jeder gehabt. Das darf ich auch haben. Aber ich möchte noch zum Falter Schee was sagen. Ich habe die Diskussion wahnsinnig interessiert verfolgt und so spannend gefunden, weil sie auch eine Generationendiskussion war. Und man gesehen hat, je nach, also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich hätte es nicht gebracht, das gibt Brösel. Also ich habe, das, was Sie jetzt vielleicht auch angesprochen haben, da merkt man sofort, da stimmt was nicht bei diesem Cover. Das hätte man eigentlich schon sehen können. Aber ich habe dann trotzdem diese Diskussion rund um dieses Sujet wahnsinnig interessant gefunden, weil eben sehr unterschiedliche Bilder bei den Menschen dann ablaufen und ganz unterschiedliche Assoziationen. Also ältere Frauen zum Beispiel, die haben dieses Bild der Madonna oder diese Anspielung an die Madonna, die da stillt und den Busen herzeigt, haben eine vollkommen andere Assoziation dazu als zum Beispiel junge Frauen auch. Das habe ich ganz interessant gefunden, die das einfach nur gemein finden. Wie kommt die dazu? Die ist doch eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit. Dann haben andere gemeint, vor allem ältere Feministinnen zum Beispiel, wieso? Die hat sehr wohl ihre Rolle. Sie tritt auch mit ihm auf und entspricht auch einem bestimmten Klischee, das er auch bedient und benutzt für seine politische Werbung. Also je nachdem, welche Assoziationen man hier anstellt. Und ich habe das wahnsinnig interessant gefunden, wie unterschiedlich das überhaupt rezipiert worden ist. Es ist ja nicht nur als politische Sortiere rezipiert worden, sondern teilweise eben auch als eine Art Religionssortiere, eben die Heilige Familie. Wie haben Sie es denn mit der Religion, Harald Schmidt, und der Sortiere? Ganz einfache, also ganz, ganz einfache Textfrage. Ich bin ja katholisch und insofern, wir sind unangreifbar, weil bei uns läuft es, bei uns gibt es keine Probleme. Und wir klären alles auf. So, das ist schon mal klar. Und für die Sache mache ich einen religiösen Gag. Ganz einfache Textfrage. Also wir haben jetzt hier mit Sebastian Kurz und seiner Lebensgefährte, mit dem Kind, sozusagen die Assoziation, und christliche Familie Maria und Josef Testfrage. Würde ich das auch mit einer anderen Religion und einem anderen Staatspräsidenten machen, kommt man ziemlich schnell, glaube ich, zu dem Ding, lass es. Lass es. Und damit muss ich es eigentlich auch in dem Fall lassen. Es sei denn, ich will den großen Freiheitskämpfer und Märtyrer spielen. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Aber auch hier würde ich sagen, noch mal einmal drüber schlafen. Aber ist es nicht auch ein bisschen so eine Mehrheiten-Minderheiten-Geschichte? Österreich ist mehrheitlich katholisch. Es ist quasi eine katholische Satire. Können wir nicht von innen heraus satirisch mit unserer Religion umgehen? Ja, aber da tut man also viel, viel, viel guten Interpretationswillen in eine ziemlich dünne Idee rein, würde ich mal sagen. Ja, also ich bin auch nicht bereit, einfach eine schwache Nummer. Da können wir, denken wir so, ja, das ist jetzt einfach... Aber ich finde jetzt in Bezug auf dieses Falterbild, also Religion unabhängig davon, es wird wieder eine Frau halbnackt gezeigt, es ist schon wieder dieses Sexualisieren eines... Also das ist so, wo man so denkt, oh, also habt ihr nicht langsam genug Busen gesehen irgendwie? Ja, aber das ist doch das Interessante mit der Assoziation. Ja, aber das ist immer nur so. Und ich habe das Gefühl, die wollten das auch. Die haben ja auch gewusst, oh, das machen wir jetzt. Und dann, hm, dann wird da ein Sturm. Und dann reden da lieber uns. Naja, wobei man natürlich da sagen muss, also das Sexismus, klar, geht nicht. Ich sehe kaum ein Bild in der sogenannten seriösen Presse, wo es um Rückenschmerzen oder Haarentreiben geht, wo nicht ein Busen zu sehen ist. Also das, oder Yoga oder so. Es ist immer, immer, immer eine attraktive Frau oder auch mal ein attraktiver Mann. Aber das ist, also ich nenne jetzt mal nicht das Medium. Wir sagen von einem sehr, sehr großen Medium in Deutschland, die Redakteure, die Redakteure sind 50, die schreiben einen Artikel. Dann kommt ein 25-Jähriger in der Internetabteilung, der motzt den Artikel sexmäßig auf. Ja, also es müssen die Begriffe rein, die einfach, nennt man das Clickbaiting, bringt. Also der Artikel wird sozusagen sexualisiert, um Klicks zu bringen. Und das ist eine wahnsinnig heuchlerische und verlogene Diskussion. Man muss sich ja auch nur mal angucken, was in den Medien gelesen wird. Es ist jetzt gestern die Umfrage herausgekommen, vor allen Themen Nummer eins in Amerika ist der Prozess Johnny Depp gegen seine Ex-Frau. Kein Krieg, kein Hunger, kein Impfen, kein gar nichts. Also da darf man auch nicht so tun, als würden wir in einer moralisch besonders hochstehenden Zeit leben. Aber Theresa Hosser, weil Sie jetzt zu dem Cover gesagt haben, da weiß man ja dann schon, was danach für ein Ansturm kommt. Wissen Sie denn, wenn Sie bestimmte Themen ansprechen oder bestimmte Texte veröffentlichen, wissen Sie da vorher schon ganz genau, was wen wie aufregt? Also ich glaube, Twitter ist, glaube ich, eine ganz gute Schule, weil einen ja alle beobachten. Und ich glaube, ich bin nicht so eine Person, die einfach nur um das provozieren will. Also ich habe das Gefühl, viele machen oft, glauben, okay, gut, Provokation ist automatisch irgendwie Kunst. Und ich finde halt, ja, Autoreifen aufstechen ist auch Provokation. Und deswegen eine Kunst. Also nur um der Provokation finde ich es ein bisschen uninteressant. Das heißt, das sind meistens einfach Sachen, die ich sehr wohl einfach loswerden will, die mich beschäftigen. Und ich bereue es auch teilweise. Oder was heißt bereue es? Aber ich sehe halt Menschen, die irgendwie furchtbare Witze über K.O.-Tropfen machen oder weiß ich nicht was. Die kriegen dann diese Aufmerksamkeit. Und dann kommt die Läuterung. Und dann kennt sie wieder jeder. Und ich denke mir, okay, gut, ich mache das nicht. Und muss halt irgendwie so mit ehrenvollen Witzen Step by Step so die Karriereleiter entlang gehen. Und das nervt mich dann schon, weil das funktionieren wird. Aber ich glaube, da habe ich zu hohe Ansprüche. Und man muss ja auch nachts ruhig schlafen können. Und das möchte ich schon irgendwie. Das heißt nicht, dass ich keine Fehler mache. Also ich mache sicher Fehler. Und ich gehe manchmal über Grenzen. Aber das sei mir vergönnt als junge Satirikerin. Harald Schmidt, Sie sind ja gar nicht in den sozialen Medien. Haben Sie sich nie angedacht, dass das ein guter Kanal, gute Kanäle für Satire wäre? Nein, weil das ja direkt mein Geschäftsmodell ruinieren würde. Also das heißt, ich lebe ja davon, dass Leute ins Theater kommen oder sich einen Film anschauen. Und ich finde es auch inflationär, wer alles sich wozu äußert. Und wenn ich den Satz höre, ich höre da manchmal den Satz, was glaubst du, was im Netz los ist? Ich weiß es nicht. Es ist ja auch mir egal, weil es hat ja definitiv keine Auswirkung auf meinen Alltag. Und wir haben zum Beispiel zu dem ganzen Thema, wir haben bei gewissen Beiträgen vorher nochmal einen Juristen drüber gucken lassen. Einfach auch, weil es gibt so Ärger, den man sich schon von weit im Vorfeld ersparen kann. Und da war aber eine Sache noch juristisch, klar war. Da hat sich schon was getan, würde ich mal sagen, in den letzten zehn Jahren. Der juristische Teil ist heute nur einer. Dieser geschmackliche Teil und dieser du hast mein Gefühl verletzt Teil, den können Sie nicht abchecken lassen. Sie hören dann plötzlich den Satz, du hast mein Volk beleidigt. Ja, da muss ich dann... Ja, aber da müssen Sie nur die richtigen Leute fragen. Das mit dem abchecken lassen. Also meine Tochter weiß das alles. Die weiß das alles, ja. Die weiß das alles, ja. Wo Gefühle verletzt werden und so weiter. Wo Gefühle verletzt werden, ja. Das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen und so weiter. Also die kennen sich da total aus, es ist eine Generationenfrage. Da wird es aber dann für mich zum Beispiel thematisch eng, weil das ist klar, seit ich eine Bühne betreten habe, spreche mir bei mir Italiener so. Ja, und die nächsten sprechen so. So, das geht heute nicht mehr. Das sagen auch meine Kinder im Auto, Papa, das ist rassistisch. Ich sitze im Auto, ich sehe eine von mir, Achtung, als Asiaten gelesene Reisegruppe in Köln auf den Dom zugehen. Da sagen die Fotografieren unseren Dom und wollen ihn kopieren. Ich halte am Zebrastreifen an und sage, das ist rassistisch. Und dann ist natürlich bei mir 50... Das war es auch jetzt gerade. Ja, und dann ist bei mir natürlich 50 bis 60 Programme des Programms weg. Ja, ja. Ja, und da muss ich auch zum Beispiel sagen, da gibt es natürlich eine Reise. Ich habe niemals eine Klage von einem Engländer, von einem Amerikaner, von einem Japaner und von einem Franzosen bekommen, auch nicht von einem Italiener. Ich nenne jetzt nicht die großartigen, befreundeten Völker, die gleich beleidigt sind. Also würde ich mal sagen, ist Satire auch etwas für einen gewissen nationalen Trainingsstand. Und da staune ich euch. Ich habe bis heute nicht kapiert, was man bei den Amis sagen kann und was nicht. Also die gehen da also unglaublich hart gegen Personen vor. Dann sagen sie was über den Hund, dann ist die Nation in Aufruhr. Aber Tiere sind generell... Ja, aber Tiere ist... Ja, und die Amerikaner sind ja auch der Meinung, dass auch die Unwahrheit letztendlich zur Wahrheitsfindung beiträgt. Also die haben überhaupt, denke ich, da andere Dimensionen. Also das ist aber das Ergebnis von langen, auch teilweise überraschenden Erfahrungen. Aber mit der Zeit kriegen sie so ein Gefühl, eher mal weglassen. Aber dass ich jetzt nicht mehr sozusagen sagen, hä, 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 die Pizza, das schmerzt mich. Weil neulich kam ich in Hamburg beim Italiener rein, da sagt er zu mir, ich bin noch immer nicht geblitzt worden. Da sage ich, wieso das denn? Was meinen Sie damit? Sie habe vor 15 Jahren gesagt, Italiener sind so klein, die gehen unter Radar durch. So hat er sich gemerkt, ja? War ein Durchschnittswitz, ja? Geht heute nicht mehr, weil wir alle wissen, Italiener, ich kann schon gar keine Länder mehr unterscheiden, ich sehe nur noch Menschen überall. Sehr viele. Gerade hier in Wien zur Sommerzeit. Das eine sind ja die Themen, und was man anspricht, welche Witze man macht. Das andere ist ja, dass auch erwartet wird, dass man einen sehr viel bewussteren Umgang mit Sprache hat. Haben Sie sich dann einen bewussteren Umgang mit Sprache zugelegt? Also Worte, die Sie ganz bewusst vermeiden? Ja, nee, nicht vermeiden, ich lerne sozusagen den Text der Sprachpolizei. Also ich sage nicht mehr, da geht ein Chinese, sondern ich sage, da geht ein Mensch, der von mir als Chinese gelesen wird. Weil er ist ja vielleicht ein Nordkoreaner, oder ein Weißelbeer. Oder er ist Österreicher. Ja, ein Österreicher würde ich, ich behaupte, dass ich ein Österreicher erkenne, einfach anhand der Lebensräute, die er ausstrahlt. Und ansonsten ist es natürlich, na ja, wie gesagt, das einfache Prinzip, kein negatives Vokabular. Wir alle lieben den. Aber jetzt, ich muss kurz einhacken, weil Sie gerade gesagt haben, da ist 50 bis 60 Prozent Ihres Programms. Und ich habe, also ähnliche Situation, aber ich habe ein heterosexuell, also ein befreundetes Paar, ein Mann und eine Frau, haben ein süßes Pärchenbild gepostet, auf Instagram, und ich habe darunter geschrieben, schwul, und habe mich sehr, sehr lustig empfunden. Und dann haben die Leute darauf angesprochen, also eben auch, ich mache Fehler, und haben die Leute darauf angesprochen, gesagt, es wird halt trotzdem in dem Moment immer noch als Schimpfwort. Ich habe gedacht, ah, ist lustig, weil es ist ein heterosexuelles Paar, ich beschimpfe sie als schwul, sind sie nicht. Und dann haben wir gedacht, naja, stimmt, weil das Wort wird halt immer noch, es ist ja kein Schimpfwort, wird aber oft so verwendet, und ich verwende es auch so. Also ich bestelle eigentlich die Verwendung dieses Wortes, auch wenn es absurd ist. Und habe dann aus dem Grund, dann den Witz verändert, und habe dann hetero darunter geschrieben, was ich dann im Nachhinein viel lustiger finde, weil man, also ich finde, dass diese Begrenzung, wie man, also oder dieses besser aufpassen müssen, oder sagen, okay, da ist weg, dass es auch kreativer macht. Weil man einfach merkt, okay, man muss andere Zugänge wählen, man muss schauen, wie man es machen kann, und am Ende kann es auch davon profitieren. Ich sage nicht, dass es mir auch nicht um manche Witze schade ist, oder ich immer denke, und wer weiß, mein Programm in zehn Jahren, werde ich das auch nicht mehr so machen können, wie ich es gemacht habe. Ich habe zwei Konsequenzen. Erstmal, ich spiele halt nur noch 20 Minuten, da muss halt der Veranstalter noch eine Akkordeon-Truppe organisieren, und es gibt noch eine warme Suppe. Und der zweite Punkt ist, dieses Thema würde ich einfach abkürzen, weil es ist ganz klar, die sexuelle Orientierung hat kein Vor- und Nachteil mehr zu sein in der öffentlichen Wahrnehmung. Also ist für mich das Thema, ob ein schwules, ein lesbisches, ein heterosexuelles Paarheit, sozusagen kein Thema mehr, weil das ist einfach, das ist eben so wie, was einer sich für ein Auto kauft, oder ob er lieber Schnitzel oder Spaghetti isst. Also die sexuelle Orientierung ist kein Thema. Nicht für mich tatsächlich, aber in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe. Also das heißt, ich würde auch nicht mal mehr den Hauch einer Andeutung machen, dass ich darüber einen Witz mache, weil das ist zum Beispiel, also zum einen finde ich, ist es richtig, und zum anderen interessiert es mich dann einfach auch nicht genug. Also ich würde, was ich dann mache, ist, dass ich sozusagen thematisiere, dass ich sage, als normativer, heterosexueller, weißer Mann fühle ich mich eigentlich in der Minderheit in Deutschland, im Rechtsstaat gut aufgehoben. So, das funktioniert. Aber da setze ich mal schon voraus, dass der Begriff Rechtsstaat kapiert wird. Und es setzt voraus, dass man überhaupt die Diskrepanz kennt. Also zum Beispiel, es setzt ein Bewusstsein voraus, dass man weiß, was bedeutet heutzutage schwul. Ist es noch ein Schimpfwort oder ist es nicht? Es geht ja immer darum, etwas sichtbar zu machen. Also geht es darum, zum Beispiel jetzt auch irgendwelche Zugehörigkeiten, Ausländerthema, Ausländerhass ist ja ein Riesenthema nach wie vor. Da geht es dann einfach darum, bedient man sozusagen Klischees, Vorurteile oder nicht, oder macht man sie sichtbar? Ich glaube, es ist genau immer dieses Spielen damit. Und deswegen ist es so heikel, dass wenn man sozusagen mit Klischees arbeitet, die Frage ist, verstärkt man sie oder macht man sie sichtbar? Und das ist, und das weiß man oft nicht so vorher, wie es funktioniert dann. Also deswegen finde ich, das ist ein super Beispiel, das Sie da gebracht haben. Aber gibt es denn auch ein Vokabular, das quasi strafrechtlich relevant ist oder das rechtliche Sicht vielleicht interessanter als anderes im negativen Sinn und wird dieses Vokabular größer? Nein, das kann man so überhaupt nicht sagen. Also ich habe Sachen schon durchgebracht aus einer kontextbezogenen Argumentation heraus, wo jeder auf den ersten Blick sagen muss, das geht nicht. Und ich kann sozusagen in einem speziellen Äußerungskontext sogar auch wirklich exzessive Äußerungen, Wertungsexzesse nennt man das, auch unter Umständen rechtfertigen. Weil im bestimmten Äußerungskontext das die adäquate Antwort auf eine bestimmte Handlung ist. Dann ist das zulässig. Deswegen, das ist, also für uns ist das natürlich ein wahnsinnig spannendes Feld, so eine Satire. Auch ein lukratives. Ja, ja. Naja, lukrativ ist das nicht, aber weil man, also denkt sehr, sehr lang darüber nach, ja, das kriegt man meistens nicht ersetzt. Da steckt wirklich viel, sozusagen auch Argumentation drinnen, so wie auch viel Recherche in guter Satire drinnen steckt. Darum sage ich, eine gute Satire oder eine gute Karikatur ist viel, viel anstrengender als sozusagen normaler journalistischer Alltag. Ja, das ist, weil man immer sozusagen um drei Ecken und vier Ecken das in Wahrheit aufarbeiten muss und im Kern muss es richtig sein. Punkt. Ja. Wenn wir kurz bei Sprache bleiben, da gibt es ja Begriffe, die sind jetzt auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch, aber eben, weil sie auch dieses Verletztsein vorher angesprochen haben. Ihr Buch heißt in der, verkehrt lesen, fällt mir offensichtlich schwer. In der Fritaten zu befeiern, die Provinz wird ihr unterhört. Ich muss es mir richtig herlegen für das nächste Zitat. Provinz ist ja schon so ein Begriff, wo sich ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung auf den Schlips getreten fühlt. Menschen, die auf dem Land leben, die dort geboren sind, da gibt es ganz viele, die reagieren total abwährend. Ich muss jetzt sagen, dass Thomas Bernhard auch schönere Dinge noch über die Österreicher gesagt hat, sie als Volk der Geistesschwäche bezeichnet hat und so weiter und so fort. Glauben Sie, dass der heute noch so publizieren könnte, eben mit diesen ganzen Verletzlichkeits... Das kann ich nicht beurteilen. Das ist ja 20, 25 Jahre her oder noch länger. Das kann ich nicht beurteilen. Provinz ist ja keine Frage der Geografie, sondern des geistigen Zustands. Ich selber bin absoluter Provinzler. Mein Leben ist sehr viel entspannter, seit ich mich voll dazu bekenne. Das ist ja dieser Irrtum zu glauben, wenn man einmal in New York bei Starbucks falsch bestellt hat, wäre man jetzt global. Und insofern, Sie können das nicht vorausahnen, wodurch Leute sich gekränkt oder verletzt fühlen. deswegen müssen Sie so ein Sensorium entwickeln, was eben in welcher Richtung Sie sprachen oder gesellschaftlich, also zum Beispiel jetzt bei uns ist jetzt der neue Trend. Es wird behauptet, es gibt einen neuen Politiker-Typus, der nicht mehr macho-haft Ansage macht, sondern versteht. Das ist also zum Beispiel unser Wirtschaftsminister Robert Habeck, den man hier vielleicht auch kennt. Da ist die Technik die, man sagt ihm, ich kann das total nachvollziehen, was Sie sagen, mir blutet das Herz. Sie können mir glauben, ich habe oft straflose Nächte und morgen schmeißen wir sie raus. Das heißt, es wird immer erst mal die Empathie gezeigt und dann kommt die knallharte Entscheidung. Und das ist ein interessanter Vorgang, das übernehme ich dann für mich teilweise auch in so Techniken, aber durch Provinz kann sich definitiv niemand gekränkt fühlen. Also ich hatte auch mal zum Beispiel ein Gerät entwickelt, das war das Nazometer, Begriffe, die von den Nazis benutzt wurden. Butter, Tisch, Stuhl, Auto, da blinkte das immer, ja. Da kamen sofort die Beschwerden vom Fernsehrad, man würde Nazi-Programm backern. Also die Nummer wurde nicht mal im Ansatz kapiert. Also habe ich gesagt, lassen wir in Zukunft auch weg und so. Das führt halt dazu, wahrscheinlich reicht es dann nicht mehr für 20 Minuten, sondern für 15. Dann müssen wir noch irgendwie Dias zeigen oder so. Man kann das alles machen, nur ich habe halt keine Lust auf diesen sinnlosen Ärger, den man sich damit einfängt. Theresa Hosser, Ihr Programm beschreibend, da heißt es eben, da geht es um Schlachten des Kapitalismus, um Schlachten des Patriarchats. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, über wen darf man Witze machen, wer darf im Mittelpunkt von Satire stehen. Machen Sie denn da einen Unterschied, ob Sie quasi in der gesellschaftlichen Hierarchie nach oben satirisch kritisieren, oder finden Sie es auch komplett zulässig über Menschen, die weniger haben, weniger Einkommen, Bildung, weniger soziale Chancen? Na, das ist für mich dann auch klasse Tiere. Also, wenn man irgendwie nach unten tritt, das ist eh die Klasse, die hat man, glaube ich, eh schon so oft gesagt, aber nach oben treten, wie nach unten treten. Ich habe einen Part im Programm, da trete ich irgendwie auf die gleiche Höhe, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich das nochmal so machen würde. Aber wenn ich natürlich mir über weiße, heterosexuelle Männer lustig mache, dann ist es ja ein nach oben treten, weil die werden ja als die Norm wahrgenommen, die können ja auch eine Bühne betreten und werden sofort als Mensch, also bei mir ist ja immer sofort, oh gut, das ist eine Frau, und dann ist sie vielleicht nur attraktiv, und dann ist sie vielleicht nur gescheit, und dann müssen sich die Leute mal darauf einstellen, dass sie lachen, vielleicht. Also, das ist schon ganz klar. Ich habe gerade über das Nachgedachte eben, was für mich extrem wichtig ist, ist, woher irgendwie ein Witz auch kommt, und dass natürlich die Person, die Sender oder der Sender oder die Senderin entscheidend ist. Und wenn ich mich jetzt auf die Bühne stelle und sage, ja, also ich weiß eigentlich nicht, ob mein Ex-Freund mich liebt, weil er hat mich nicht umgebracht nach der Trennung, dann ist das natürlich, wenn Sie das machen würden, wäre das ein Riesenunterschied, oder die Geschichte so, das macht natürlich einen großen Unterschied, aus welcher Position. Und ich glaube, dessen muss man sich auch immer bewusst werden. Und das Gleiche ist, dass ich niemals irgendwie aus der Perspektive von einer Person of Color irgendwie sprechen kann. Und das sind halt einfach Themen, wo man denkt, ja, da kann ich aus meiner Perspektive sprechen, aber natürlich kann ich nicht die Witze machen, die dann der Person vorbehalten sind. Zu Recht. Also, ich finde schon immer ausschlaggebend, von wem kommt der Witz. Und deswegen war das wahrscheinlich auch mit Femizide. Es sitzen in den Autorenräumen meistens nur Männer. Und die denken sich dann, oh, da traue ich mich nicht dran. Und Frauen gehen eher rein und sagen, hey, wir müssen das Thema machen. Also, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich da bei der Tagespresse auch, weil es sind drei in der Chefredaktion, drei junge Männer, dass ich sie auch so ein bisschen gepusht habe, weil sie sich ja nicht getraut haben, verständlicherweise, weil sie aus einer Position des Überlegenen ja eigentlich quasi da Witze machen würden. Und dann, aus meiner Wart, das ist ja nochmal was anderes. Ja, aber das ist genau wieder dieses Kontextthema. Und was ich ja bei der Satire so spannend finde, ist, dass aus juristischer Perspektive ja immer auch klar sein muss, dass es Satire ist. Was ja sozusagen im Netz oft sehr schwierig ist, überhaupt als Satire zu erkennen. Also, es geht nicht nur darum, wer sie macht, sondern in welchem Kontext sie auch präsentiert wird. Und ich möchte noch einen Aspekt unterzubringen, den finde ich nämlich, aus juristischer Sicht auch ganz spannend ist, dass, wenn jemand Satire dazu schreibt, und das ist aber keine Satire. Und wie ist das dann rechtlich zu behandeln? Also, wir hatten schon Fälle, wo zum Beispiel die FPÖ sozusagen dem Wolf etwas unterstellt hat, was und praktisch den ORF auch diskreditiert hat. Ich sage es nur kurz, das war ein Hans-Christian Strache, Heinz, Heinz-Christian, ich habe ihn schon komplett verdrängt. Gut so. Hans-Christian Strache hat gepostet auf Facebook ein Foto von Armin Wolf mit einem Pinocchio-Bild in der Hand und hat dann die Bildunterschrift gemacht, es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden, das ist der ORF. Und daneben hat er einen Satire-Sticker gepostet und irgendwie nochmal dazu geschrieben, es sei Satire. Wie ist das dann ausgegangen? Naja, es ist leider verglichen worden. Da hat natürlich mein Jurist in dein Herz geblutet, weil das, sowas muss man ausstreiten, das muss man wissen, bis ganz oben. Es ist aber, ich verstehe, dass die keine Lust hatten, das durch alle Instanzen zu bringen, aber für uns wäre das natürlich eine tolle Judikatur gewesen dazu, weil ich eben der Meinung war, das ist keine Satire und die FPÖ und Hans-Christian Strache wollten das als Satire verkaufen. Und das wird auch ganz stark im Netz auch verwendet, um wirklich falsche Inhalte zu verbreiten. Und das Problem ist, die Leute, man kann sich das gar nicht vorstellen, es kann so deppert und so idiotisch kann es gar nicht sein, dass es die Leute eben nicht glauben. Ja, das ist ja eine meiner großen Erfahrungen mit dem Netz, die ganz, ganz wichtig sind. Es wird auch alles geglaubt. Haben Sie das auch im Zusammenhang mit der Pandemie beobachtet? Also so Fake-Niss, Es ist wirklich, wurscht welcher Inhalt und es ist nicht mehr ein Nischenproblem, sondern es ist in der gesellschaftlichen Mitte angekommen und ja, also es wird auch alles geglaubt und geteilt und man merkt es dann an den Kommentaren und das ist einfach eine Riesenherausforderung. Und wie gesagt, was das jetzt wirklich für die Satire oder weiterhin auch bedeutet, ist das für mich eine offene Frage. Und ganz wichtig, Volkshochschulkursstunde 1 für Satire, wenn ein Aufkleber Satire dazukommen muss, ist es vorbei. Ja, ich wollte gerade sagen. Also es ist schon erledigt. Also das ist einfach so, das ist einfach gar nicht wert, dass man es beachtet. Aber, sehr gutes Beispiel, weil man sieht ja, was das ausgelöst hat. Ja, und das haben Sie nicht mehr unter Kontrolle. Wenn Sie in dem Bühnenraum was sagen oder wenn zum Beispiel bei meiner Show Probleme kamen, dann okay, es wird abgetippt, was hat er gesagt, geht das, geht das nicht. Wenn Sie aber heute, dann ist das im Netz und dann ist es für immer im Netz und dann äußern sich 5000 Leute, die es auch nicht begreifen, auch dazu und dann ist genau diese Welle im Gang, die nicht mehr zu stoppen ist. Wir sind schon fast am Ende. Maria Windhager, zum Schluss noch eine Frage zur politischen Satire. Es gibt ja die These, dass eben politische Satire so etwas wie die fünfte Macht im Staat sein kann. Was sagen Sie als Juristin, braucht eine offene Gesellschaft politische Satire? Ja, so offen kann die Gesellschaft gar nicht sein, dass man das nicht immer braucht. Ja, Satire ist ganz wichtig. Man muss sich, es gibt immer Mächtige und es gibt immer Ungerechtigkeit, leider. Das ist so ein Thema, das uns immer beschäftigen wird und man wird um bestimmte Rechte immer täglich neu kämpfen müssen. Deswegen ist es auch wichtig, sich über die Mächtigen lustig zu machen und sie lächerlich machen zu können. Das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil und so, wie es Theresa Hosser ganz am Anfang auch gesagt hat, der Humor ist einfach ganz was Wichtiges und was sehr Gesundes. Theresa Hosser, hat Satire also eine wichtige politische Kritik- und Kontrollfunktion? Ja, absolut. Ich will ja auch irgendwie das Gefühl haben, dass ich wichtig bin für die Gesellschaft. Ich glaube, da bin ich mir selber. Ich glaube, es gibt sehr viele andere Sachen. Also eben journalistische Grundlage ist sehr wichtig. Ich finde das immer am besten, wenn Journalistinnen mit Humoristinnen zusammenarbeiten. Da kommen immer große Sachen drumherum. Aber ich glaube, es kann sehr viel aufzeigen. Es kann vielleicht nicht so viel verändern, wie man manchmal gern hätte, aber es zeigt auf jeden Fall auf und kann Denkanstöße geben. Theresa Hosser hat gesagt, Sie will mit Ihrer Satire wichtig für die Gesellschaft sein. Harald Schmidt, haben Sie mit Ihrer Satire eine Demokratiefunktion? Nein. Satire bewirkt auch nichts und das Allerwichtigste ist, Satire setzt den Rechtsstaat voraus. Wenn das nicht ist, sind Sie ganz schnell im Knast, im Lager oder haben eine Kugel im Kopf. Also die Beispiele gibt es genügend. Der Rechtsstaat garantiert sozusagen die Meinungsfreiheit und darin auch die Satire. Und wenn das nicht ist, haben Sie zwei Minuten und dann sind Sie weg. Theresa Hosser, Maria Wintager, Harald Schmidt, vielen Dank für die Diskussion. Danke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank.